77 Influencer wurden hier versammelt, die eine Marketingbranche mit einem Gesamtwert von 270 Millionen Euro repräsentieren. YouTube, my little ladies. Ich bin Zabe und habe 2,25 Millionen Abonnenten. Hallo, hallo. Ich bin voll der Fan. Das ist Jingyong Jin. Oh, wow. Instagram. Klar muss der hier sein. Hallo, ich bin's, Jang Kun-sung. Jetzt ist Showtime. Bester Mann. Africa TV. Voll die Schönheit. Die sieht unecht aus. Ich habe über 2 Millionen Euro. TikTok. 27 Millionen? So viele Abonnenten? 27,5. Halb Südkorea. Und TikToker scheinen krasse Followerzahlen zu haben. Was hier auf der Probe steht, ist Präsenz, Auswirkung und Brisanz, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. TikToker und Leute, die Instagram-Reels machen, sind überbewertet. Du meine Güte. Und ihren Einfluss zu beweisen. Wer von den 77 Influencern kann sich bis zum Ende durchsetzen? In einer Welt, in der Aufmerksamkeit und Einfluss, Wert und Macht widerspiegeln. Willkommen zum sozialen Überlebensspiel The Influencer.